Jo Leute, ich jetzt wieder euer Krems-Ess. Das ist der Johannes und dort sitzt der Jaden. Also ich bin grad in Österreich auf einer Meisterschaft gewesen. Und ich werd jetzt mal alle diese Getränke probieren. Okay, warte. Was ist das? Das hier ist zum Beispiel die Schadnerbombe. Die Schadnerbombe? Himbeere. Was ist das? Erdbeersaft, ja. Von Pargo. Auch lecker. Schmeckt's? Was gewinnt jetzt? Also gewinnt, würde ich sagen, das war die Schadnerbombe. Platz zwei? Platz zwei war, glaube ich, der Erdbeersaft. Und Platz drei war der Einbürger. Okay, ciao. Libertad. Plus, welches die Schadnerbombe? Vielen Dank.